Dazu sind wir natürlich nach Deutschland gekommen, mit G1, mit unserem Modulwerk in Thüringen, mit G2 jetzt mittlerweile der größte Industriearbeitgeber Thürings, wo wir auch froh drüber sind und bringen praktisch für alle deutschen Kursen die Transformation gegangen mit unserem Katerie-Modul und unserem Unternehmensfeld. Bevor Sie gehen, wollen wir Ihnen noch sagen, wir haben hier 1.800 Eichensetzlinge, wir haben bereits 4.500 im Thüringer Wald gepflanzt und wir werden diese 1.800 von der Reste hier auch pflanzen und deswegen würden wir gerne einen in Ihrem Namen pflanzen wollen, wenn Sie das uns gestatten. Schönen Dank für die Vorstellung. Ich finde, das ist eine gute Industriepartnerschaft mit deutschen Automobilunternehmen, mit ihrer industriellen Produktion von Batterien in Thüringen. Ein Zeichen dafür, dass ganz viel von der elektronischen Mobilität in Deutschland und übrigens auch im Osten Deutschlands stattfindet und wir wünschen Ihnen da vor Ort weiteres Wachstum. Ja.